So, also meine Uhr zeigt 10 Uhr an. Wir sind zu 11, das ist schön. Erstmal herzlich willkommen in der Session zu Wikis im Wissensmanagement. Wo stehen wir? Welche Trends gibt es? Ich habe gestern an einen oder anderen Tisch gehört, was Wiki ist das von vorgestern? Ist das überhaupt noch ein Thema? Ich glaube, das ist ein Thema, zumindest in meinem Arbeitsalltag ist das ein sehr großes Thema nach wie vor. Auch ein Positionierungsthema, welche Rolle spielen Wikis im Wissensmanagement-Ansätzen? Ich dachte mir, ich mache da einfach mal eine Session dazu und spreche mal ein bisschen drüber, was so meine Gedanken sind. Das würde ich im ersten Teil der Session machen. Und dann können wir offen diskutieren hinterher. Ich habe unten in dem Conceptboard, seht ihr vielleicht da, gibt es einmal so, wo stehen wir mit Wikis eurer Meinung nach heute? Welche Trends gibt es oder welche wünschen wir uns? Das wäre auch, Zukunft passiert ja nicht, sondern wir gestalten die. Also da könnt ihr gerne, wenn ihr Gedanken habt, auch jetzt am Anfang schon eure Post-its reinhängen. Müssen wir gucken, dass wir da genug Platz haben. Genau, vielleicht postet ihr da mal so einen Satz oder ein paar Schlagworte in den Chat, was euch in die Session getrieben hat, also was euer Hauptinteresse ist, was ihr erfahren wollt, worüber ihr sprechen wollt. Dann könnte ich gucken, dass ich da so ein bisschen insbesondere darauf eingehe in der Session. Ich denke, bei so vielen Leuten macht es keinen Sinn, Vorstellungsrunde nochmal extra zu machen. Dann ist die halbe Session rum in der Regel. Genau, also sie wird schon getippt. Aktueller Stand jenseits der Wikipedia. Genau, ich weiß nicht, wer im Talk gestern von Christoph war, von Magenta-Wiki, der hat ein bisschen drüber gesprochen. So die Idee, so Firmen-Wikis zu koppeln mit Wikipedia in beide Richtungen, Inhalte aus offenen Wikis rüberzuholen, aber auch darüber nachzudenken, welche Inhalte können wir denn aus dem eigenen Wiki im Intranet irgendwie in offene Wikis packen. Wikis im Intranet sehe ich, genau. Wikis versus FAQs, ja, spannend. Der Carsten hat wahrscheinlich keine Fragen mehr zu Wikis, du arbeitest schon so lange damit. Große offene versus viele kleine Wikis, ja, auch spannend. Der Roland, Semantik-Wiki. Alternativen zu Enterprise-Wiki in SharePoint Online. Da würde ich jetzt zynisch sagen, SharePoint Online hat gerade kein Wiki, außer dass da irgendwas Wiki heißt. Aber da können wir gerne auch drauf eingehen. Sehr schön, ja, ist ja perfekt. Arbeitskontext wird Confluence eingesetzt, auch gut. Verschriftlichung von Wissen, Auffindbarkeit. Was wird im Unternehmenskontext sonst noch so mit Wikis gemacht? Künftige Ausrichtung, was wohin? Intranet, M365, perfekt. Also ich glaube, da haben wir sozusagen insgesamt was dabei. Ich würde jetzt in das Board mal reinspringen und euch so ein bisschen aus meinen Gedanken erzählen. Wenn ihr wollt und zwischenrein was sagen wollt, hebt einfach die Hand. Ich gucke sonst, dass ich so maximal 20 Minuten, 25 fertig bin, dass wir dann genug Zeit haben, um zu diskutieren und Fragen zu beantworten. Ich schaue, dass ich das hier, Moment, muss mal gucken, das hier nämlich auf dem Mac, vom Zoom so hinbekomme, dass ihr was seht. Ist das so von der Sichtbarkeit gut? Könnt ihr das lesen so? Ich sehe im Moment nur die Wilma. Vielleicht Wilma nix zu, wenn man das lesen kann. Kann man nicht lesen? So, ich kann das lesen. Doch, ist gut. Okay, weil viel größer kriege ich es nämlich nicht. Okay, sonst, wenn ihr es nicht lesen könnt, geht einfach aufs Board. Wartet mal, ich packe euch mal den Concept Board-Ding, falls ihr den nicht habt, in den Chat. Dann könnt ihr es extra aufmachen auf dem Monitor und könnt dann selber da springen. Genau, also ich fange mal oben an mit den drei Post-its. Es ging ja so nach dem Web 2.0-Trend im Internet 2004, 2005. Es ging so 2005, 2006 der Enterprise 2.0-Trend los. Also quasi definiert als Anwendung von sozialen Medien in Intranets, also in Unternehmen zur Erreichung der eigenen Ziele und zur Zusammenarbeit vor allen Dingen auch über Unternehmensgrenzen hinweg. So Stichwort Extended Enterprise. Und da war so meine Beobachtung, dass die Wikis nach den Weblogs, die waren schon ein bisschen früher, so die zweite Welle waren. Ich habe euch mal hier, wir haben hier noch die ganz alten Dokumentationen von der Notec. Wenn man da die zwei Bände Notec 2007 und 2008 sich anschaut, dann stellt man fest, dass da extrem viel Wiki-Fallbeispiele drin waren. Nach den Wikis kamen die Enterprise Social Networks, abgekürzt ESN. Im Wesentlichen so, könnte man sagen, so ein Ansatz Facebook oder LinkedIn im Intranet. Das heißt, man hat Plattformen, wo ich ein eigenes Profil habe, wo ich mich mit Leuten vernetzen kann, so wie ich das auf LinkedIn mache, wo ich so Micro-Blogs schreiben kann. Das hat man schon gemerkt. Von Blog, der eher Langform ist, von Wiki, die eher Langform sind, geht es dann eher in Richtung Micro-Blogs, also nur noch Schnipsel, im Extremfall wie Instagram oder so, nur noch Bildchen. Da werden nur noch Bildchen gepostet. Und das ging so 2010 los. Ich glaube, Carsten Technoweb war 2010 oder 2011 oder so. BASF Connect war was Frühes. Continental Connect, also Beispiele, die da sehr früh gestartet sind. Ich würde sagen, 2013, 2014 war dann so der Hype in Breite. Und das hat, würde ich sagen, schon den Blogs und den Wikis bis in die Show gestohlen. Also die waren da deutlich mehr im Mittelpunkt dann auf einmal und haben auch zu so einer rechten Zerfaserung geführt, zu so einer Fragmentierung. Auf einmal war alles in Gruppen versteckt. Die waren dann nicht mehr open by default. Dann konnte ich es mit der Suchmaschine nicht mehr finden. Viele Themen waren dann in so kleine Chunks geteilt. Hier mal ein Post, da mal ein Post. So ein bisschen wie, wenn man versucht, auf Twitter sich irgendwie ein Thema zu erschließen. und da überall nur so Schnipseln mit 280 Zeichen hat. Und dann kann man sagen, so ab 2017 ungefähr ging so die große Office 365-Welle los. Microsoft, entweder verschlafen immer die großen Trends oder sie warten so lange, bis sie wissen, was wirklich gebraucht wird. Aber man kann irgendwie sagen, dass alle, die irgendwie früher so ein Office-Paket im Unternehmen hatten, klassisch WEPO, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, sozusagen auf diese Abo-Modelle überschwenken, Office 365 nutzen, wo man dann sowas hat wie SharePoint Online für Webseiten bauen, OneNote als digitale Notizbücher, Teams als Zusammenarbeitsplattform und Yammer als soziales Netzwerk, also so eine Art Twitter, LinkedIn im Unternehmen. Und da hat man schon gemerkt, dass so die Tool-Landschaft sich sehr stark ändert. Gerade bei den Wikis, am Anfang gab es auch noch viel Media-Wiki, da war ja der Richard von Hallo Welt, das ist auch Media-Wiki-basiert, was die machen. Trimmen quasi Media-Wiki in so Richtung Enterprise-Tauglichkeit. So ein bisschen hat es sich herauskristallisiert, das muss ich vielleicht einschränken, insbesondere in großen Organisationen. Also wir sind typischerweise in so Unternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden, wenn dort eigentlich fast überall Confluence im Einsatz ist von Atlassian. Und man da eben sieht, dass jetzt mit Office 365 und bei den ESNs entsprechen, da gab es viel Jive, viel IBM oder HCL Connections, Koyo sind da so die typischen Plattformen. Und auch da sieht man jetzt, dass eben dadurch, dass die Firmen Office 365 Abos haben, zunehmend eben diese Tools abgelöst werden. Also man könnte sagen, dieser ganze Tool-Stack wird Commodity, der ist einfach da in den Firmen jetzt. Und da sieht man eben, dass die Wikis so ein bisschen unter die Räder zu kommen drohen. Und wie man das vielleicht, wie ich dazu stehe, sieht man an dem Smiley. Der schaut nicht so glücklich, weil ich glaube, dass Wikis da schon noch eine Rolle spielen sollten. Aber da kommen wir ein bisschen später dazu. Ich habe euch da mal, damit ihr so ein bisschen einordnen könnt, was ich für Erfahrungen habe mit Wikis, so ein paar Fallbeispiele reingepackt. Da oben ist so ein kleiner Pfeil, das linkt dann jeweils auf Publikationen, also das sind dann Konferenzvorträge. Bei uns war so der erste große Wikiprojekt mit 3Soft, Softwareentwicklungsfirma, mittlerweile von Electrobit aufgekauft. Die haben viel für Nokia gemacht. Wer Volkswagen irgendwie fährt, das Multimedia-Interface kommt von Electrobit. Das heißt, da ist sehr wissensintensiv, wenn ich sage 100 Prozent, aber fast 100 Prozent Wissensarbeiter, Wissensarbeiterinnen, Softwareentwickler, Architekten. Das heißt, da geht es sehr stark darum, Wissen zu bündeln. Kleiner Funfact aus der Präsentation des Seki-Modells ist heute noch die Grafik in der Wikipedia auf der Seite Wissensmanagement. Also da sieht man, wie lang so Sachen auch halten können. Und in den Folien, da wird so ein bisschen rausgearbeitet, was es alles an Methoden und Ansätzen des Wissensmanagements schon gab. Und was eben gesucht war, war so ein einfaches Medium, um Wissen zu externalisieren, steht jetzt hier, also zu dokumentieren, Sachen miteinander zu vernetzen, was typischerweise in so einzelnen Töpfen irgendwo gespeichert ist, im File-System oder in dem SharePoint oder wo auch immer. Das zusammenzubringen, dafür kein eigenes Tool zu entwickeln, sondern irgendwas zu nehmen, was da war. Das war dann eben im ersten Schritt Media-Wiki und später dann Confluence. Und da war es auch so 2003, die Wikis im Internet, die sind ja so, glaube ich, 1998 oder 1999 aufgetaucht. Die waren mit Adaption 2003 schon sehr früh dran. Mal 2004 gesehen, da gab es dann zwölf verschiedene Wikis, weil Softwareentwickler, die können das, die betreiben das einfach selber auf einem Server. Und da war quasi der Ansatz zu sagen, das müssen wir eigentlich bündeln in ein sogenanntes 3-Soft-Wiki. Das ist dann damals, wo man sagt, dort soll eigentlich alles zusammengeführt werden. Und vor allen Dingen dann später auch, das sieht man hier unten, integriert werden. Also Intranet mit klassischer Unternehmenskommunikation, so News der Unternehmensleitung, solche Sachen mit dem Wiki und vor allen Dingen auch mit dem QMS. Das war ganz spannend, weil der Peter Kraus, den man hier sieht, das war der Leiter Qualitätsmanagement, später dann Leiter Qualitäts- und Wissensmanagement. Und er hat eigentlich immer gesagt, es müssen die Prozessbeschreibungen, wie machen wir Projekte, wie erheben wir Anforderungen, das muss eigentlich integriert sein mit dem Wiki. In der Wiki-Forschung spricht man von in-the-Flow und above-the-Flow Wikis. Above-the-Flow ist so etwas wie, wir schreiben mal unser Wissen zusammen, wenn wir Zeit haben. Und wisst ihr wahrscheinlich auch, man hat nie Zeit. Das heißt, man versucht eher so in-the-Flow-Wikis zu machen, wo Prozesse wirklich durchlaufen und ich arbeite mit dem Wiki. Ich mache meine Projektarbeit mit dem Wiki. Dann ist auch die Frage erklärt, kostet das extra Zeit? Kostet es nicht, weil stattdessen mache ich keine Word-Dokumente oder PowerPoint-Dokumente mehr. Also das war hier so der Ablauf. Da gibt es auch noch, können wir gerne auch noch tiefer dann rein, später, wenn euch da mehr interessiert. Das Zweite, ich hatte heute früh in der Vorstellungsrunde gesagt, wir haben Ende der 90er Jahre ja diese Expert-Debriefing-Methodik entwickelt, um Wissen zu bewahren, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen oder Stellen wechseln. Das wurde sehr früh bei Schäffler schon eingeführt, das war ein Maschinenbaukonzern, sitzt hier in der Herzog-Auraumseck, knapp 100.000 Mitarbeitende. Und da war es so, dass man eine demografische Analyse gemacht hat und festgestellt hat, in den nächsten zehn Jahren verlässt uns ein Drittel der Belegschaft. Und man muss sozusagen mal gucken, wie kann man deren Wissen bewahren. Und da haben wir dann quasi zwei so Expert-Debriefings als Piloten gemacht und anhand derer mal abgeklopft, wo sind eigentlich so die Schwachstellen oder was könnte man machen, um Wissensmanagement breiter zu verankern und nicht nur Wissen zu bewahren, wenn Leute gehen. Und da wurde quasi so eine Wissenslangkarte etabliert, um strategische Wissensfelder zu identifizieren. Und man hat halt gesagt, man braucht eigentlich zwei Instrumente, um offen Wissen zu kommunizieren. Da wurde so ein, hieß damals zuerst Schaeffler Open Knowledge Space, später dann Schaeffler Wissensforum eingeführt, wo im Monatstakt jeweils Themen behandelt worden sind. Und eben für diese offene Wissensdokumentation wurde das Schaeffler Wiki eingeführt, war auch zunächst Media Wiki und dann Confluence. Hat sich eingereiht in das Portfolio des Wissensmanagement bei Schaeffler. Man sieht hier so von Intranet, Communities of Practice, internationale Zusammenarbeit fördern und so weiter und so weiter, ist eben Schaeffler Wiki ein Teil des Portfolios gewesen. Die Wissenslangkarte hat gedient als Grundstrukturierung des Wikis. Man sieht hier mal so ein bisschen das Beispiel, das ist so eine Draufsicht auf das Firmengelände, wo man sagt, was habe ich so intern in der Firma für Wissensgebiete, irgendwie über die eigene Organisation, über Produkte, über Anwendungsfälle, über Prozesse, Methoden. Und draußen natürlich Wissen über Kunden, Lieferanten, Wettbewerber, Wissen über neue Märkte. Und das war eigentlich so die Grundstruktur, die wir dann in das Wiki getrieben haben, wo wir auch gelernt haben, dass quasi ein großer Unterschied zwischen Wikipedia, das war ja vorhin im Chat gestanden und in der Wikinger Firma ist, dass ich erst mal sagen muss, wofür will ich das eigentlich verwenden? Also ich will ja nicht das Weltwissen dokumentieren, was die Mission der Wikipedia ist, sondern ich will das für die Organisation relevante Wissen darin abbilden. Und dafür sind eben so Wissenslangkarten ganz gut geeignet. Da habe ich euch mal einen Screenshot reingenommen von der Startseite, wo man eben sieht, in diesen, wie wir es damals genannt haben, Wiki-Anwendungsfällen, wofür verwenden wir das Wiki, ist in so ein Inhaltsverzeichnis gemündet. Zu jedem Anwendungsfall gab es einen Wiki-Gärtner, also nicht Redakteur, bewusst nicht Redakteur, sondern einen Gärtner, der sich darum kümmert, also der Strukturen anlegt, der Templates macht, der Leuten hilft, dort ihr Wissen abzulegen. Und das ist eben so Stück für Stück gewachsen. Einer der jüngeren Anwendungsfälle war dann so Abschlussarbeiten, wo man gelernt hat, dass ganz viele Abteilungen machen mit Studenten irgendeine Abschlussarbeit. Die liegt dann in irgendeinem Schreibtisch rum und woanders wird fast die gleiche Abschlussarbeit nochmal gemacht. Und um die Doppelarbeit quasi zu sparen, hat man da sozusagen die dort abgebildet. Wenn ein Student angefangen hat, wurde ein Steckbrief im Wiki angelegt, musste verschlagwortet werden. Und am Ende war dann auch die Arbeit zugreifbar und eben nicht nur als Papierausgabe in der Bibliothek. Und was da noch ein recht wichtiges Bild war für die Rolle von Wikis, ist das hier. Man hat halt vorher eine Situation gehabt, wo ganz viele Einzelsysteme da waren, SAP, Wettbewerbsinformationssysteme, Methodendatenbank, Ansprechpartnerdatenbank, die aber alle nur so bedingt gut miteinander vernetzt waren. Und da hat man quasi gesagt, positioniert man das Wiki wie so eine Spinne im Netz, habe ich immer gesagt damals, dass man sagt, ich habe jetzt zu einem Wettbewerber ein Steckbrief, ein Dossier und von dort verlinke ich dann ins Sales-Informationssystem oder in irgendwelche anderen Systeme, wo eben Informationen zum Wettbewerber drin sind. Und habe dann auch so Prozesse, wo ich sage, wenn jemand auf eine Messe fährt und beobachtet dort, der Wettbewerber macht das und das oder die Patentanalyse sagt, oh, da fängt gerade einer an, Patentregenschirme aufzuspannen, dass solche Informationen eben auch in das Wiki fließen. Das ist dieser In-the-Flow-Aspekt. Ein drittes Fallbeispiel noch von Audi, Audi Wikinet. Das war eben genauso die Zeit. Man sieht, das ist präsentiert auf der Notec 2010 Laufzeit, also gemacht war so 2008, 2009. Quasi als Ergänzung zum bestehenden Intranet. Da habe ich mal die Grafik rausgezogen, weil das, glaube ich, diesen wichtigen Aspekt hat. Man spricht bei dem hier oben, also so Portale, Mitarbeiter, Intranetportalen oder auch Dokumenten, Management-Systemen von sogenannten Controlled Content. Also das heißt, da kann nicht jeder Mitarbeiter was ändern. Die sind unter der Kontrolle von bestimmten Institutionen oder Mandatsträger, die dort was ändern können. Eine Redaktion oder was weiß ich, einer, der das Organigramm pflegt oder so. Und das Wiki wurde da damals positioniert, eben bewusst in dem Bereich User-Generated Content, auch mit einem Confluence im Intranet eingebunden. Wo man da, Confluence ist so eine sogenannte Wiki-Farm. Das bedeutet, anders als bei der Wikipedia, habe ich nicht ein großes Wiki, sondern ich mache innen drin so einzelne Wiki-Spaces. Und da wurden eben zwei Wiki-Spaces angelegt, Audi Wissen und Audi Knowledge, die so ähnlich betrieben werden wie Wikipedia. Also offen für alle, vom Vorstand bis zum Azubi kann da jeder reinschreiben, alles sehen, alles ändern. Dann gab es eben die drei Klassen, Abteilungs-Wikis, Projekt-Wikis und so Themen- oder Community-Wikis. Also das wären eher so die Sachen, Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die ich schon kenne. Das wäre dann eher so Netzwerk, Community-Struktur in der Organisation. Und dann eben damals auch noch persönliche Wikis, also so diese Memex oder Second-Brain-Idee. Was ist denn eigentlich meine Wikipedia? Wo schreibe ich meine Lessons learned jetzt vom Knowledge-Camp rein, was schiefgegangen ist, was ich das nächste Mal berücksichtigen muss? Wo man sagen muss, wie gesagt, das ist ja elf Jahre her. Eigentlich diese Use-Cases, persönliche Wikis, ist mittlerweile komplett durch OneNote abgelöst als Tool. Diese ganze Schiene Abteilungs-Projekt-Wikis, würde ich sagen, da ist auch sehr viel in Teams, was eben in Teams oder in Kombination mit SharePoint heute betrieben wird. Themen- und Communities-Wikis gibt es noch sehr viel. Und natürlich hier oben hat Microsoft überhaupt nichts im Portfolio. Also das heißt, so große Wikis, wo spreche ich von Tausenden in der Regel oder größer, Zehntausende Seiten eher, das geht eben in Confluence nicht. Da kostet die Hand um. Ja, genau. Ich halte mich kurz. Persönliche Wikis, meinst du dann, wenn man die durch OneNote ersetzt, dann sind die aber quasi geschlossen, oder? Da ist dann nicht die Idee, dass ich das eben allen zur Verfügung stelle. Genau. Also da gab es auch gar nicht so viel, weil man das relativ schnell dann auch eingestellt hat mit den persönlichen Wikis, aber das wäre so in OneNote, genau. So waren aber die persönlichen Wikis auch. Die waren gedacht als, du kannst anfangen, in deinem eigenen Wiki schon mal eine Seite zusammenzuschreiben, so ähnlich wie in der Wikipedia der Benutzer-Namespace und wenn du der Meinung bist, der ist fertig, dann schiebst du es rüber. Dafür war das eigentlich gedacht. Und in der Wikipedia ist ja offen, in Confluence, glaube ich, in der Standardeinstellung war es damals geschlossen. Und die persönlichen Wikis in OneNote sind auch so, das ist eher wie mein Papier-Notizbuch quasi. Also wir haben auch diese persönlichen Wikispaces, die es in Confluence ja gibt, die sind bei uns aus. Ja. Du kannst natürlich immer irgendwie im offenen Bereich was machen, was du mit deinem Namen versiehst. Also ich habe da noch so einen Ersatz-Weblog natürlich als... Genau. Ja, klar. Also das auch finde ich vom... Wenn man jetzt so nicht über Tools spricht, sondern über Mindset eigentlich auch das Spannende, den Leuten zu sagen, die Leute da hinzubringen, zu sagen, muss das denn jetzt wirklich in meinem persönlichen OneNote sein? Ich bleibe mal bei den Lessons Learned zum Beispiel zum Knowledge Camp oder wäre das nicht viel cooler, wenn das im Intranet der GFWM steht, sodass alle, die in Zukunft ein Knowledge Camp machen, davon auch partizipieren? Also da hat man es eigentlich eher als aus Faulheit sozusagen im eigenen Notizbuch, weil man sich nicht die Arbeit macht, das irgendwo anders hinzuschieben. Oder als Bequemlichkeit, weil es dann in der eigenen Suchmaschine steckt oder so. Oder Unsicherheit auch, dass man sagt, Mensch, das ist ja immer das klassische Thema. Kann ich mich das trauen? Unfertig? Mache ich einen Draftstempel dran und so? Genau. Die Elisabeth hat im Chat noch geschrieben, die Frage, die würde ich mal parken, die machen wir dann hinten in einem Block, wenn wir auf die ganzen Fragen eingehen. Da habe ich gesehen. genau, auch da mal so ein Beispiel, wie sah sowas aus in Confluence? Auch uralt, also so würde man das heute natürlich nicht mehr machen. Also da gab es eben, wie gesagt, so große offene Wikis. Das war auch das Hilfesystem zum Wiki drin, also so Stichwort Tutorials, Online-Hilfe, FAQs im Wiki, das sind super Use Cases, wird bis heute gemacht. Ganze Office 365, Dokumentation und Hilfe und Work Hacks und Tutorials und so weiter. Das läuft alles auf Wiki-Ebene und das sieht da so ein bisschen, wie gesagt, wenn es euch im Detail interessiert, dann schaut in die Folien rein, wie das dann so wächst, wie viele Wikis da dazukommen, wie viele User, wie viele Seiten da waren. Aber wie gesagt, Zeitachse ist nicht mehr ganz aktuell. Ich glaube, wir haben jetzt gerade so einen Enterprise-Wiki-Erfahrungsaustauschkreis gestartet. Mittlerweile ist die, weil Office 365 im VW-Konzern sozusagen auch jetzt einheitlich ist, da machen die einzelnen Marken nicht mehr ihr eigenes Ding. So ein ganzer Volkswagen-Konzern ist auf einem Office 365-Tenant und in dem Zuge ist auch jetzt die ganze Audi-Wiki-Plattform in das sogenannte Volkswagen Group Wiki gezogen, was auch ein Confluence ist. Die haben, glaube ich, irgendwie von 1,9 Millionen Abrufen im Monat gesprochen. Also das sind viel größere Zahlen, als man hier quasi sieht. Wikipedia wird das noch nicht erreichen, aber in Bezug auf die kleineren Nutzerzahlen, da geht es in Anführungszeichen nur um 600.000, die darauf zugreifen können, ist das schon ziemlich viel. Genau, ich habe euch als Letztes noch hier oben, das haben wir jetzt gerade dieses Jahr im Bench-Learning-Projekt erarbeitet, da war so die Fragestellung, wenn ich über moderne Intranets spreche, also so jetzt Kontext, ganzheitliches Wissensmanagement, Mensch, Organisation, Technik, und ich gucke mal auf die technische Infrastruktur, was sind denn da so die Top-10-Komponenten, die ich in so einem Ökosystem brauche. Und dann haben wir gesagt, klar, man wird weiterhin so Intranet-Portale haben, also so Einstiegspunkte, über die man Leute leitet, wo auch die News der Organisationen drin sind. Man wird eine Möglichkeit brauchen, was hier als Website-Plattform benannt ist, eigene Websites zu erstellen, so ähnlich wie im Privaten vielleicht auf WordPress oder Jimdo oder so eine eigene Website ins Internet stellt, habe ich intern ganz viel Bedarf zu Kampagnen, zu Projekten, zu Themen, was auch immer, Veranstaltungen, solche Websites zu machen, wo SharePoint Online gerade eine große Rolle spielt. Ich habe eine Notwendigkeit, Push-Informationen nach wie vor zu verschicken, auch wenn das vielleicht altmodisch klingt, aber es merkt er ja vielleicht auch, soziale Medien verstopfen zunehmend durch Werbung und anderen Spam, dass sich viele Leute wieder in, was man Deep Social nennt, zurückzieht, also in Messenger, in WhatsApp, in Telegram und man eben, wenn man Leute erreichen will, trotzdem diese Push-E-Mail noch braucht. Das heißt, das wäre jetzt das Pendant im Internet, so etwas wie MailChimp zum Beispiel oder Clapperreach. Dann hat man hier Gruppensoftware, Groupware, schon seit den 80er Jahren, also Collaboration-Software, irgendwas, wo ich sage, ich habe eine Gruppe von Leuten, die gemeinsam an einem Ziel arbeiten, das erreichen will, ein Projekt bearbeiten, wo Teams so ein typisches Beispiel wäre, früher Lotus Notes. Soziale Netzwerke, um übergreifend zu vernetzen, also um sozusagen über Standortgrenzen hinweg, über Geschäftsbereichsgrenzen hinweg, auch über Funktionen hinweg, wo ich mich austauschen kann, so diese LinkedIn-Funktion. Hier oben dann weitergemacht, Multimedia-Portale, das wird immer wichtiger, also sprich, so klassische Internets bestehen ja sehr stark aus Text und statischen Bildern vielleicht und da merkt man eben, so ähnlich wie im Internet, dass auf der einen Seite Bewegtbild, also Video, sehr, sehr wichtig wird für Kurzformen, weil Videos schaut man sich in der Regel nicht eine Stunde am Arbeitsplatz Video an. Für die langen Formen ist interessanterweise, ich bin auch ein großer Fan davon, Podcasts gerade im Kommen, also wenn man sagt, Kontextwissensbewahrung oder so, macht man mit Experten mal so längere Podcasts, wo man Themen bespricht, was man halt typischerweise nicht in so ein 3-5 Minuten Video reinbekommt. Dann auch das klassischere Thema, File-Sharing-Plattform. Wir haben gestern auch gesprochen, Carsten, wie arbeitet eigentlich so Google zusammen intern, also da spielen halt durchaus so Google Drive und Google Docs und so weiter eine große Rolle. Das heißt, die Möglichkeit, Dateien abzulegen und vielleicht anders als bisher, die auf meinem eigenen Rechner oder im persönlichen Laufwerk für mich zu haben, sondern die mit anderen teilen zu können. Das ist ein großes Thema. Office 365 wählt, wäre das dann sowas wie OneDrive beispielsweise und so ansetzt, wo ich sage, jeder Mitarbeiter hat zum OneDrive einen Bereich, der public ist und dort Sachen teilen kann. Ich mache die zwei noch fertig, Carsten, dann können wir... Ich wollte dazu gerade was gerade Teilsharingen. weil mir das noch eingefallen ist im Nachgang. Also das klingt total banal, aber ein Vorteil von Wikis ist ja, dass man direkt im Content arbeitet und ich denke, bei Google lädst du auch diese Data-Files halt nicht mehr runter und Microsoft hat immer noch diese historisch diese Trennung und mal schauen, wie weit sie kommen, dass es immer noch den Rich-Client gibt, da geht immer ein bisschen mehr und das ist, glaube ich, der Unterschied in der DNA. Ja, ja und es ist auch, ich finde, so ein Paradigmenwechsel, die Leute wegzubringen, zu sagen, muss das denn wirklich ein diskretes Word-Dokument sein oder ist das nicht in der Wiki-Seite oder in der OneNote-Seite besser aufgehoben? Mit Microsoft Loop fangen sie an, so mehr in die Richtung auch zu gehen, aber ich gebe dir völlig recht, es sind sehr, sehr File- und Folder-centric Microsoft insgesamt. Google ist die Browser-Company letztlich historisch und Microsoft ist irgendwie eine Client- und Operation-System-Company und die bewegen sich so aufeinander zu beziehungsweise alle schon, genau. Genau, dann rechts, das ist vielleicht auch ganz spannend, so Workflow-Automation, also so Low-Code, No-Code-Plattformen, wo ich sage, ich kann ohne jetzt großes Programmier-Know-how zu haben, wissensintensive Tasks automatisieren oder vielleicht auch gerade Routine-Tasks wegautomatisieren, dass mir mehr Zeit für Wissensarbeit bleibt. So Internetbeispiele, if this and that zum Beispiel oder Sapie, im Office 365-Welt ist das die Power-Automate-Plattform. Ja, und das war eben das Spannende jetzt in dem Bench-Learning-Projekt, da waren wir uns auch alle einig, dass die Wiki-Plattformen auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung haben, dass es im Office 365-Kontext nichts gibt, womit man Wikis sinnvoll aufbauen kann und dementsprechend haben wir gesagt, da muss jetzt wieder mehr Aufmerksamkeit drauf, wie positioniert man so ein Wiki neben so einem Office 365-Stack zum Beispiel und dann auch, was sind die Anwendungsfälle, da werden wir jetzt im nächsten Jahr tiefer reinschauen, wie die Sachen zusammenpassen. Es gibt ein altes Forschungspapier, die unterscheiden mal drei so grobe Klassen, da gibt es die sogenannten Pedias, also das ist so Wikipedia im Unternehmen, das ist eigentlich so, wie ich von Schaeffler gezeigt habe, ich mache mal eine Wissenslernkarte, welche Themen sind alle relevant und bilde die im Wiki ab, auch so ähnlich geht der Christoph vor bei der Telekom. Dann gibt es Project-Wikis und die nennen das, glaube ich, Wiki-S CMS, also quasi Wikis zu verwenden, eigentlich als Content-Management-System, um einfach editierbare Webseiten abzubilden, meist dann mit einer Wiki-untypischen Konfiguration, wenige bearbeiten und viele lesen. Eigentlich ist ein Wiki das Grundprinzip. Alles, was ich lesen kann, kann ich auch bearbeiten. Das wird da in dem Use-Case durchbrochen, also beispielsweise ist das Volkswagen-Net, das Volkswagen-Intranet-Portal ist komplett auf Confluence gebaut, aber da kann natürlich nicht jeder Mitarbeiter auf der Startseite was verändern und was Neues reinschreiben. Das beantwortet vielleicht, vielleicht auch noch nicht tief genug, die Frage von der Elisabeth, aber wie gesagt, das mal so als Input, als Impuls, dann würde ich jetzt die Aufzeichnung mal abschalten und einfach den Redestab in eure Hand geben. Vielleicht mit diesen zwei Leitfragen, wo stehen wir eurer Meinung nach mit Wikis heute, was für Trends seht ihr oder auch was würden wir euch wünschen, gerne aber auch, wenn ihr Fragen habt, zu dem, was ich erzählt habe, die Fragen darzustellen.